Aus gegebenem Anlass halte ich es für notwendig, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte laut vorzulesen und allen kostenlos allgemein zugänglich zu machen. Recht auf soziale Sicherheit Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates, in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und seine freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.